Grüezi und herzlich willkommen zum Cash-Börsentag. Warum kommt die Schweizer Börse momentan nicht so recht vom Fleck? Wie viel Potenzial hat sie noch dieses Jahr? Und welchen sind momentan attraktive Einzeltitel? Diese und andere Fragen bespricht ich mit Remo Rosenau. Er ist Leiter Research der Neu-Helvetischen Bank. Herr Rosenau, nach einem guten Jahr startet die Schweizer Börse momentan ein bisschen Stockengraten. Was sind die Hauptgründe dafür? Ja, wir haben natürlich ein paar politische Risiken. Dieses Jahr waren sehr viele Wahlen und sind jetzt gerade noch, wie gerade in Grossbritannien. Wo man beispielsweise jetzt davon ausgegangen ist, dass die Framay eine solide Mehrheit gewinnen wird. In der letzten Zeit hat sich das wieder ein bisschen geändert in den Forecasts. Das sind Sachen, die der Börse nicht so gefallen. Und abgesehen davon ist nach dem Start, wo ja irgendwie 15% plus war, bis vor kurzem eine gewisse Konsolidierung sowieso angesagt. Wie man auch im Börsen-Sprichwort so sagt, sell it may and go away, but do not forget to be back in September. Ja, schauen wir schnell auf den Chart vom SPA. Da sieht man eigentlich, dass das wirklich eintrifft, das Sprichwort dieses Jahr. Was könnte denn jetzt die Kurs wieder ein bisschen in Schwung bringen? Ja, ich denke, wenn eben zum Beispiel die Wahlen mal wieder in den Hintergrund kommen, dann sollte sich eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung grundsätzlich durchsetzen, die eben im Moment, insbesondere in Europa, aber eigentlich global so gut aussehen, wie schon lange nicht mehr. Das sieht man beispielsweise an den PMIs, den sogenannten, das sind die Purchaser-Manager-Management-Index. Ja, schauen wir schnell, sorry, schauen wir schnell den nächsten Chart an, das sehen wir da gut, wie die PMI in letzter Zeit stark angestiegen sind. Genau, wenn Sie das schnell beschreiben könnten. Ja, das sind jetzt eben die PMI, wo man Einkaufsmanager befragt in jedem Land in Europa. Das ist jetzt von der Eurozone und aggregiert von allen Ländern in der Eurozone. Und da sieht man schön, dass das im 16. ist der eigentlich oben runtergekommen, oder, auf Richtung 51. Interessanterweise haben die Börsen im 16. sich nicht so gut entwickelt, gerade am Anfang, wo der auch so oben runtergekommen ist. Seitdem, aber eigentlich seit März 16, sehen wir eine steile Entwicklung nach oben, von 51 auf 57. Und alles über 50 deutet eigentlich auf eine positive Grundstimmung hin. Aber so eine starke Entwicklung haben wir jetzt eigentlich seit der Finanzkrise nicht mehr gehabt. Also auf 57 sind wir eigentlich seitdem nie mehr gewesen. Und das zeigt schon, dass im Moment eigentlich die Erholung jetzt vielleicht tatsächlich langsam in den Schwung kommt, wo man eigentlich seit der Finanzkrise versucht hat, herbeizuführen. Gleichzeitig sind aber die Aktienkursse in den letzten Jahren sehr stark angeschrieben, oder? Also die wirtschaftliche Erholung kommt eigentlich erst jetzt, wo viele Börsen schon auf Rekord hoch sind. Es gibt viele Leute, die sagen, die Aktienmärkte sind mittlerweile sehr teuer geworden. Was ist da Ihre Meinung? Ja, wenn man das absolut anschaut, hat es eine Bewertungsexpansion gegeben. Das ist korrekt. Wenn man zum Beispiel von den PEs spricht, Price-Earnings-Ratio oder KGV auf Deutsch, Kurs-Gewinn-Verhältnis, dann sind die im Schnitt vom Aktienmärkt von vor der, also 2011-2012 sind die so etwa bei 12 Mal gewesen. Jetzt sind die eher bei 18,19. Das ist doch eine massive Expansion, das stimmt. Aber man muss ja sehen, dass die Risikoprämie vom Aktienmarkt trotzdem noch überdurchschnittlich ist. Jetzt was ist das? Wenn man ein PEs von 12 nimmt, heisst das ja, dass die Gewinne in 12 Jahren eigentlich die ganze Marktkapitalisierung reinholen. Im Umkehrschluss heisst das, dass die Rendite, die man vom Aktienmarkt pro Jahr erwarten kann, über 8,3% ist. Jetzt muss man davon den risikofreien Zinssatz abziehen, also von Staatsanleihen, eidgenössischen Anleihen, 10 Jahren. Wo man dann negativ ist, oder? Und früher sind die halt typischerweise um die 4% gewesen. Jetzt haben wir also das PEs von 12 gehabt, 8,3% erwartete Rendite, minus 4 gibt 4,3%. Das ist die sogenannte Risikoprämie vom Aktienmarkt, also die Überrendite, die man erwarten kann, wenn man in Aktien investiert, gegenüber risikofreien Anlagen. Jetzt ist zwar das PI18, das gibt eine implizite Rendite von nur 5,2, aber der Risikofreien Zinssatz ist ungefähr 0. Das heisst, dass die Risikoprämie immer noch über 5% ist. Und das ist im langjährigen Vergleich, also in den letzten 50 Jahren, immer noch überdurchschnittlich. Da sind wir etwa bei 3,5 bis 4%. Und von daher, glaube ich, ist immer noch grundsätzlich eher der Druck nach oben im Aktienmarkt und nicht nach oben. Was heisst denn als gleichzeitig, was haben Sie das Gefühl, wie fest die Zinsen steigen müssen, dass eben die Aktien gegenüber anderen Anlagenklassen Attraktivität verlieren? Ja, ich glaube, die ersten 150, vielleicht sogar 200 Basispunkte werden sich gar nicht so negativ auswirken. Weil, das heisst ja auch, dass die Wirtschaft gut läuft. Zinsen können nur steigen, wenn wir eine starke Wirtschaft haben, wo dann auch Inflation bringt. Und dann gehen die Zinsen nur. Und wenn das passiert, dann läuft es ja gut. Und dann, nach ein paar Jahren, wenn dann die Zinsen 200 Basispunkte gestiegen sind, ist ja der Zyklus schon ein bisschen weiter vorgeschritten. Und dann ist vielleicht langsam so ein Punkt, dass es kehren könnte. Die tiefen Zinsen haben auch dafür gesorgt, dass sich zum Beispiel auch in den USA die Anleger mehr über Kreditaktienkäufe finanzieren. Das ist ja auch etwas, was momentan auf dem höchsten Stand ist, seit langem. Viele Leute reden davon, dass es wieder so eine Art Retail-Hose könnte geben, dass wirklich auch das breite Publikum an die Aktienmärkte zurückkehrt. Macht Ihnen das keinen Respekt? Ja, ich glaube, das ist ein Element, das langsam kommt. Man sieht eigentlich, dass Fonds eher Zuflüsse haben. Vor allem auch im mittleren und kleinen Segment der Aktien. Aber es fängt erst an. Also wir haben bis jetzt eine grosse Zurückhaltung vom Retail-Sektor. Auch grosse Institutionelle, wie die Pensionskassen, sind nicht unbedingt übergewichtet in unseren Augen in Aktien. Und von daher ist das jetzt wahrscheinlich erst der Anfang von dem. Natürlich, wenn das jetzt noch lange weitergeht, dann wird es irgendwann ein bisschen gefährlicher. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, was liegt denn in den nächsten Monaten noch drin am Schweizer Aktienmarkt? Ja, das ist natürlich die Frage, die alle bewegt. Also eben, grundsätzlich sind wir positiv auf den Aktienmärkten weiterhin. Einerseits wegen der immer noch weit überdurchschnittlichen Renditen oder Risikoprämien vom Aktienmärkten. Und zweitens halt auch, es läuft eigentlich gut. Europa ist am Anfang vielleicht von einem Aufschwung, USA ist auch nicht so schlecht, ein bisschen weiter vorgeschritten im Zyklus. Aber auch Südamerika, Brasilien, schlimmer wird es nicht mehr. Es stabilisiert sich. In China sind die Signale auch wieder positiver. Also eigentlich sind wir auf allen Weltregionen, die relevant sind, jetzt gleichzeitig ein bisschen in einem positiven Mood. Und das sollte eigentlich positiv für Gewünne sein. Und wenn Gewünne steigen, gehen in der Regel die Aktien nur an. Jetzt mal angenommen, man hat eben den Einstieg noch nicht gewagt an den Aktienmärkten. Überlegt sich das aber. In der Schweiz, können Sie so sagen, wo Sie momentan attraktive Einstiegsgelegenheiten sehen? Ja, da möchte ich ein paar Aktien ausgreifen, die wir auch in unserem Swiss Equity Investment Portfolio haben von der Neue Helvetische Bank. Einmal VAT, ein Group, das etwa vor einem Jahr an die Börse kam, hatte eine fulminante Entwicklung. Trotzdem, glaube ich, ist noch mehr Potenzial vorhanden. Gerade jetzt, wo es eine kleine Korrektur gab, weil es eine Platzierung gab von etwa 8% vom Aktienkapital von bestehenden Aktionären. Da haben wir korrigiert von 135 auf etwa 160. Können wir uns auch schnell anschauen auf dem Chart, den wir vorbereitet haben. Die VAT-Aktien sind seit einem Börsengang, mehr als verdoppelt. Ist da nicht schon sehr viel Fantasie drin? Ja, klar, man hat es jetzt ein bisschen entdeckt, das ist ja so. Aber es ist im Moment ein beispielloser Zyklus unterwegs in den Semi-Kontakten, also in den Halbleitern und bei den Displays. Also da ist Stichwort OLED, Organic LED. Dort werden jetzt die neuen Smartphones, alle mit dem Organic LED kommen. Das hat den Vorteil, die LED leuchtet selber, die brauchen keine künstliche Beleuchtung mehr. Das wird dann dünner, das Telefon, die brauchen 30% weniger Strom, die Batterie hält länger. Und das Bild ist viel besser, weil schwarz ist wirklich schwarz. Heute ist schwarz-grau. Und da wird man in die Sonne schauen und das Bild immer noch sehen. Und was macht VAT da in diesem Business? Um die Herstellendisplays braucht es eben die Vakuumventile, wo VAT einen dominanten Weltmarktanteil hat. Und das ist ein Gebiet und das andere bei den Semi-Kontakten. Da ist tatsächlich so, dass die Industrielle Revolution Nummer 4, also 4.0, einen Einfluss hat. Wie auch eben Internet of Things. Das hat nicht nur zu tun mit selbstfahrenden Autos, das hat auch damit zu tun, dass man Fabriken kann ausrüsten, mit Chips und Sensoren, dass die miteinander reden. Das verringert die Stillstandszeiten, Effizienzen erhöhen und das wird in den nächsten Jahren zunehmend eingesetzt werden. Also das passiert. Und da braucht es auch, um die Chips und die Sensoren herzustellen, braucht es die Ventile von VAT. Und sie haben eben einen sehr, sehr grossen Machtanteil auf der Welt. Sie haben ja auch weitere, eher kleine, sogenannte Nebenwerte in Ihrem Portfolio, die Sie interessant finden. Ein anderer ist z.B. Bobst, der aber auch schon sehr stark angestiegen ist. Wie andere Nebenwerte in den letzten Jahren auch. Was spricht dort immer noch für den Kauf? Bobst ist eine Unternehmung, die sich in einer starken Transformation befindet. Schon seit 5 Jahren. Das war in einer sehr schwierigen Situation. Seit 2009 redete viele Schulden. Die Aufträge sind stark eingebrochen. Dann ist der Jean-Pascal Bobst CEO geworden. Von der Gründerfamilie, eine von der Gründerfamilie. Und hat eigentlich die Unternehmung in diesen 5 Jahren massiv vorwärtsgebracht. Man hat zwei Fabriken in Lausanne in der Stadt. Logistisch ganz schlimm. Hat man zugemacht. Aufs Land in Lausanne, auf ein riesiges Gebiet, das man schon hatte, hat eine brandneue Fabriken aufgebaut. Hat gleichzeitig x Maschinen neu entwickelt. Hat Digitalprinting weiterentwickelt. Man ist, glaube ich, in den letzten 2 Jahren mit 20 neuen Maschinen rausgekommen. Und das hat unter anderem die Margen auftrieben. Obwohl man so viel Geld ausgibt fürs zukünftige Wachstum. Wie ist es denn bei so Titeln, die schon so stark angestiegen sind? Ist da die Bewertung aus Ihren Augen wirklich vernachlässigbar? Oder sagen Sie, ja, da verkauft man vielleicht auch mal einen Teil? Gut, Bewertung ist nie vernachlässigbar. Aber sie darf nie alleine angeschaut werden. Weil die besten Aktien sind immer teuer. Und die schlechten sind immer billig. Von daher muss man das differenzieren. Aber gerade Bobst ist immer noch sehr vernünftig bewertet. Also eigentlich unterdurchschnittlich zu anderen Industrieaktien. Und von daher sehe ich insbesondere bei Bobstädt wenig ein Problem. Und bei VAT reden wir von P.E.s 4,25. Aber für eine Aktie, die höch zweistellig wächst, veraussichtlich noch auf über 2 Jahre, ist das also für mich auch nicht sehr hoch. Ein anderer Titel, den man viel darüber lesen konnte, in den letzten Wochen ist VIFOR Pharma, die ja die früheren Kalenica-Aktien eigentlich ist. Dort ist der Neustart nicht so gelungen an der Börse. Was macht Sie zuversichtlich, dass es besser weitergeht? Ja, bei VIFOR Pharma ist es tatsächlich so, da muss man ein bisschen weiter hinterher schauen. Also da muss man tatsächlich einen Horizont haben auf 5 Jahre plus. Weil die nächsten 3 Jahre werden holprig. Das ist so. Also man wird 850 Millionen ausgeben. Das wird gewöhnlich belasten. Weil man muss das, insbesondere das Medikament von Relipsa, das man akquiriert hat, weil das Marketing für das betreiben bei Ärzten und Patienten, weil die Anwendungen, die Indikationen sind gar nicht so bekannt. Das ist ein Kaliumbinder. Und die Gefahren von erhöhten Kaliumwerten im Blut sind gar nicht so breit bekannt. Aber wir glauben eigentlich an das Plug-Buster-Potenzial von den Medikamenten. Und wenn das dann mal alles gemacht ist, dann wird sich das vielleicht zu 4-stelligen Millionen Produkte entwickeln. Und dann hat es noch die ISE-Präparate, die auch sehr gut laufen, jetzt schon. Schauen wir mal noch in Light Index, in Swiss Market Index. Was sind dort so Ihre Favoriten momentan? Was uns gefällt, ist zum Beispiel auch noch SGS und Givaudan. Dort bei Givaudan, das sind mal beides Aktien, die eine sehr höhere Rendite auf dem eingesetzten Kapital bringen. Das ist für uns ganz zentral, für Aktien, die langfristig gut performen. Das sind ja auch eher defensive Titel. Viele Leute verstehen, denen kommt in den Sinn unter Defensive Roche und Novartis. Was machen denn die beiden besser, als jetzt Novartis und Roche? Ja, sie haben vielleicht das Glück, dass sie in gewissen Nischen tätig sind, wo es ein bisschen weniger Konkurrenz hat. Also Aroma und Reichtstoffe, Givaudan, also wenn sie in ein Auto einsteigen, wo neu ist, das schmeckt nach Leder, aber da sind immer Aromastoffe drin, wo Givaudan dabei ist. Givaudan ist überall dabei, auch dort, wo man es sich gar nicht erwartet. Und das sind nicht 20 Gesellschaften auf der Welt, die das machen. Und das schafft auch bei den Preisen eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Vielleicht noch das Wort zu SGS. Und bei SGS ist es ja auch ein bisschen ähnlich. Das ist eigentlich eine Qualitätskontrollgesellschaft. Die kontrolliert ab gewissen Gütern, dementsprechend, die den Käufer vom Verkäufer erwartet. Und weil er das nicht selber machen kann, machen sie das für dich. Auch zwischen den Staaten. Und das ist auch ein Geschäft, wo nicht 20, 100 Gesellschaften dabei sind. Eine spezielle Nische, wo man dann auch sehr gute Margen erwirtschaften kann. Und tiefes eingesetztes Kapital. Die haben nicht Riesenfabriken, die haben Leute und Intelligenz-Brains. Danke vielmals für die spannenden Ausführungen zu verschiedenen Unternehmen. Herr Rosenau, für den Besuch im Studio. Danke. Das war es vom Cash-Börsentag. Danke, wenn du das Zuschauen hast. Schöne Wochenende. Adieu miteinander. Danke,'s gut. Danke. Danke,'s gut. Danke,'s gut.